Der Schrebergarten, das ist für viele der Inbegriff der Spießigkeit, so eine kleine Gartenparzelle mit ein paar Gartenzwergen drauf und Salat, den man da anpflanzt, jo, kann man machen, muss man nicht sagen. Manche andere sagen, das ist für mich das Paradies auf Erden, der eigene Garten, besser geht es gar nicht, ein Schrebergarten muss sein. Fakt ist, in keinem anderen Land gibt es so viele Schrebergartenvereine wie in Deutschland, rund 900.000 sind es heute und es waren sogar schon mal mehr. Den Schrebergarten, den gibt es bei uns seit 150 Jahren, also schon eine ganze Weile. Und seine Anfänge nimmt der Schrebergarten in Leipzig, im Osten der Republik. Und was es damit auf sich hat, darum geht es jetzt. Gartenzwergbiotop oder Wohlfühloase am Busen der Natur. Über Schrebergärten lässt sich gut streiten. Dabei hat der erste Schrebergarten nichts mit den heutigen Gärten zu tun. Es war eine einfache Wiese nahe dem Leipziger Johanna-Park. Gedacht war sie zum Spielen und Turnen für die Kinder der Fabrikarbeiter. Am Rand der Wiese gab es dazu noch Beete und Gärten, damit die Kinder sich beim Pflegen der Pflanzen sinnvoll beschäftigen konnten. 1865 war die feierliche Eröffnung. Schnell wurden aus den Kindern größere Familienbeete, die umzäunt wurden. Ab jetzt nannte man sie Schrebergarten. Als 1869 die Wiese schon in rund 100 Parzellen unterteilt war, gab man sich schnell eine Vereinssatzung. Nur zwei Jahrzehnte später gab es in Leipzig bereits 14 weitere Schrebervereine. Der Namensgeber, der Leipziger Orthopäde Daniel Gottlob Moritz Schreber, war da aber schon vier Jahre lang tot. Der Arzt und Hochschullehrer hatte mindestens eine helle und eine dunkle Seite. Stundenlang zwang er Kinder in Metallgestelle, damit sie lernten, Kerzen gerade zu sitzen. Er glaubte auch, mit körperlicher Gewalt könne man Kinder erziehen. Aber Schreber setzte sich auch dafür ein, dass Kinder sich im Grünen sinnvoll ertüchtigen. An Beschäftigung, frischer Luft und Natur fehlte es schließlich in den dunklen und miefigen Mietkasernen ohne Ende. Schreber schaffte es aber nicht mehr, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Der Leipziger Schuldirektor und Reformpädagoge Ernst Innozent Hausschild war es, der Schrebers Berühmtheit begründete. 1864 legte er mit 250 Leipzigern aus dem Bürgertum seinen Schreberplatz an. Eben jene Wiese zum Spielen für Kinder. Eigentlich war das zwar ein Schulverein, der sollte aber nicht so genannt werden. Schrebers Name war eine willkommene Alternative. Bereits zur Jahrhundertwende gab es in Berlin und Umgebung rund 40.000 Laubenpieper. Während der Zwei-Weltkriege dienten die Kleingärten vielen Menschen zur Versorgung mit Lebensmitteln. Die DDR-Obrigkeit blickte anfangs mit Misstrauen auf die Kleingärtner. Die eingeschworene Nische war schwer zu kontrollieren. Alle Versuche, die Kleingärtner in einer Massenorganisation zu sammeln, scheiterten. Erst als im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat die Lebensmittelversorgung zu große Lücken zeigte, besann man sich auf die fleißigen Kleinbauern. Staatlich verordnet sollten sie seit Mitte der 1980er Jahre mit den Früchten die Lebensmittelproduktion entlasten. Die Schrebergärtenbewegung hatte ihren Höhepunkt. Zum Ende der DDR gab es davon knapp eine Million. Noch heute sind es rund 600.000. Übrigens, seit 1996 zeigt in Leipzig das Kleingartenmuseum die Geschichte des ersten Schrebervereins Deutschlands. Hier ist ein Früchten und Weltkriegen, Das war das Thema,